Wir haben gerade Aktivurlaub gemacht. Waren fast ständig in Bewegung. Der Tag fing schon mit Sport an. Wir haben viele Kalorien verbrannt. Und einiges gestemmt. Wir sind bis an die Grenzen gegangen. Und haben fast alles mitgenommen. Ganz wichtig, Bauch, Beine, Po. Und natürlich Liegestütze. Wir waren lange auf den Beinen. Und haben viele traumhafte Ausflüge gemacht. So ein Aktivurlaub, der tut mal richtig gut. Erleben Sie Urlaub neu. AIDA